Wir haben vorhin über die hässlichen Müllberge vom Maifeiertag berichtet. Sie haben die Bilder vielleicht noch im Kopf. Die ganzen Reste zum Beispiel in Münster am Ahrsee oder dieser verrückte Fund. 17 Kühlschränke einfach entsorgt in einem Duisburger Wald. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Tun wir jetzt mit einem Mann, der selbst schon eine Menge wildester Müllkippen erlebt hat. Er ist Stadtrat für die FDP in Thüringen, was uns jetzt aber besonders interessiert. Er ist Sprecher des World Cleanup Day Deutschland, Holger Holland. Guten Abend nach Erfurt. Schönen guten Tag, hallo. Sie haben den Film ja vorhin auch gesehen. Sie haben diese Kühlschränke gesehen und Sie räumen ja selber nicht nur an diesem Aktionstag Müll weg, sondern Sie machen zum Beispiel Projekte an Schulen. Wie erklären Sie Schülern und Schülerinnen so eine Umweltsauerei wie die Kühlschränke im Wald? Das ist sehr, sehr schwierig. Eigentlich ist es einfach, weil Sie dürften da gar nicht liegen. Aber wir müssen halt eben den Schritt gehen und erklären, warum die da sind. Und das ist halt einfach Bewusstsein schaffen für eine bessere, saubere Welt. Und das fängt eben bei den Schulprojekten an und endet bei der Erwachsenenbildung fast schon im Thema Sauberkeit. Sie sagen Bewusstsein schaffen. Jetzt sind natürlich Kühlschränke im Wald schon eine richtig große Hausnummer. Aber wie wir es gesehen haben, so den Picknickmüll nicht wegräumen oder auch gerne gesehen im Autoverkehr zum Beispiel so eine Zigarettenkippe aus dem Fenster schnippen, ist ja auch schon was. Was ist in den Köpfen solcher Menschen eigentlich los? Gute Frage. Was ist da los? Also genau vor zwei Wochen bei dem Schulprojekt hatten wir das hier in der Region, wo wir an den Straßenrädern aufgeräumt haben. Und ja, da liegen komplette rausgekippte Aschenbecheranlagen von Autos. Und warum machen Menschen das? Ich glaube, ja, das ist so dieser Mindset oder dieser Gedanke, das ist halt so. Irgendeiner räumt schon auf. Ich zahle ja auch Steuern und irgendeiner wird das dann schon machen. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir haben. Dieser Raum, der da verdreckt wird, der gehört uns ja allen. Also wir zahlen zwar Steuern, aber dieser öffentliche Raum gehört uns ja auch allen. Was ist mit dem Bewusstsein dafür? Könnte man da irgendwas erreichen, zum Beispiel durch höhere, durch schmerzhaftere Geldstrafen? Strafen sind mein Problem, aber ja, sie funktionieren hinten heraus. Wir sehen das in Hamburg. Waste Watchers sind dort unterwegs und nicht nur Strafen ausrufen, sondern auch kontrollieren und Strafen eben auch aussprechen. Es muss wehtun. Eine Zigarettenkippe zum Beispiel in Hamburg kostet einfach mal zwischen 15 und 55 Euro. Das überlegt man sich dann zweimal. Und wenn es halt einfach nicht so geht, dass man das einfach durch seinen gesunden Menschenverstand hinkriegt, hier entsprechend den öffentlichen Raum sauber zu halten, naja, dann müssen es eben mit Strafen passieren. Welche konkrete politische Maßnahme darüber hinaus können Sie sich vorstellen, die tatsächlich was an dem Bewusstsein verändert? Wir haben sehr viele Initiativen, Vereine, Unternehmen, Gruppierungen, die rausgehen, die Cleanups machen, die aktiv sind in Deutschland. Diese mehr zu unterstützen halt von der Politik, das wäre eine der Forderungen, die wir haben. Denn da hilft man in der Fläche vor Ort am Projekt, am Problem. Und dann sieht es vielleicht nach dem nächsten Mai-Feiertag dann in 2020 vielleicht ein bisschen anders aus überall im Land. Vielen Dank für dieses Gespräch. Holger Holland vom World Cleanup Day Deutschland. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. So.